Ich heiße Jens Jung, ich bin 39 Jahre jung und arbeite als Berater, Ausbilder für Feng Shui, Geomantie, Qigong und meine Mission oder meine Aufgabe ist es hier, die Zusammenhänge näher zu bringen, die Menschen zu unterstützen und an Orten Zeit anzubinden. Sichtbarkeit bedeutet für mich, sich selbst zu erkennen. Das heißt, sich selbst zu erkennen bedeutet für mich, die Dinge zu verstehen, wie sie zusammenhängen und aus diesem Verständnis heraus das Leben ein bisschen anders zu erblicken oder zu durchblicken und seine innere Stärke damit wiederzufinden und somit eine Sichtbarkeit zu erzeugen, um sich auch mit den anderen Dingen wieder zu harmonisieren. Ich habe ganz, ganz früher Design studiert in der kreativen Szene und habe gemerkt, da ist noch viel mehr, habe mich nicht wohl gefühlt und wollte dieses, was ist da mehr erforschen. Und so bin ich in die Feng Shui-Linie gekommen, habe sieben Jahre Ausbildung gemacht. Dahinter steckt eine ganz, ganz, ganz große universelle Geschichte mit physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Es ist kein Aberglaube, es ist keine Pseudowissenschaft, sondern wirklich eine fundamentierte Wissenschaft, um einfach die Menschen an den Ort, an dem sie leben, an die Zeit, in der sie leben, so anzubinden und anzudocken, dass es ihnen gut geht, privat, beruflich, finanziell. Und da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten von kleinen Maßnahmen bis große Maßnahmen, um hier unterstützend einzuwirken.